Die Suche nach Antworten brachte sie an ihre Grenzen. Nur die, die riskieren zu weit zu gehen, erfahren, wie weit sie gehen können. Und sie... Da vorne ist sie! ...ging zu weit. Ich habe hier kein Leben. Weil sie aus einer anderen Welt kommen. Ja. Ab 10. Januar... Ich komme hier nicht weg. ...suchen sie nur noch einen Ausweg. Die neue Staffel Fringe. Und danach die neue Staffel Vampire Diaries. Catherine. Zumindest einen von euch habe ich reingelegt. Sie machte sie zu Vampiren. Was für ein Spiel spielst du? Warum willst du doch mitspielen? Wie kann ich mitspielen, wenn ich die Regeln nicht kenne? Jetzt kehrt sie. Du musst Elena sein. Zurück. Küss mich oder töte mich. Wofür entscheidest du dich, Damon? Der neue Mission Monday mit Fringe Vampire Diaries und Supernatural. Ab 10. Januar, 20.15 Uhr pro 7. Jahrgut�. Der neue Mission. 段